Das ist ein kleines. Das ist ein normales Ei. Das erste muss irgendwie so ein Zwillings-Ei gewesen sein. Ey, cool. Das hat eine richtig normale Größe. Das Zwillings-Ei nehme ich. Ja, gut. Akku-Alle. Vielleicht ist das hier drin auch noch was. Scheiße, das ist kaputt, oder was? Nein, das ist ein Faden. Das ist ein kaputter See. Kaputte Eierfüllen, sonst auslaufen.